das ist mir jetzt auch egal ich nehme jetzt einfach mit was mir vor die flinte kommt und damit erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich habe noch sechs mauerbringer dabei jetzt muss ich gerade überlegen warum habe ich die eigentlich dabei ich weiß ich habe gestern noch ein klaren spiel gemacht denn leute man glaubt es kaum ich habe die klaren spiele noch geschafft ich habe die klaren spiele noch geschafft im live stream haben wir das mal eben erledigt und mal eben wird auch gerade so meine queen erledigt oder hat man kommt nicht 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 jetzt habe ich sie schon zünden müssen okay die habe ich jetzt schon zünden müssen dann müssen wir jetzt mit dem dicken rhein und mit den drei peckys mit den fünf hier und dann soll das hier so ein bisschen losgehen alter meine helden kriegen aber mächtig beschuss da okay und meine queen ist schon da und okay naja mal sehen ob die truppen jetzt nicht doch noch hier vielleicht hin wandern die sind jetzt noch ganz nett in heilung und hier hinten wieder durch springen gucken wir mal wir schauen mal wie das so funktioniert ich weiß nicht was ich hier in der klanburg habe da müssen wir jetzt erstmal gucken ich habe jetzt auch doch ich habe noch ein gut ich habe noch ein gut ein gut habe ich noch da und da geht es jetzt nach außen da kommen jetzt ein paar magie raus bei der klanburg übrigens bei der kaserne ist es nicht ganz egal auf welchem level sie sind es kommen einfach nur mehr magie raus also auf dem level wo ich sie jetzt habe kommen sechs raus auf level zwei kommen acht raus und so weiter und dementsprechend kommen dann glaube ich auf dem max level also auf level 4 kommen dann glaube ich zwölf magie raus und danach kommt die normale klanburg heraus die halbe da man noch mal kräftigst durch und so sieht das eigentlich aus hier mit der mit der kaserne ich habe das gestern ab ich habe das erst gar nicht so geblickt ich wusste gar nicht wo ist jetzt der große unterschied zwischen der kaserne auf level 1 und der kaserne auf level 4 ich meine okay es ist dann es ist dann natürlich die komplett doppelte truppen anzahl und das ist dann das macht dann doch schon so ein bisschen den unterschied aber nichtsdestotrotz wir fahren hier ganz normal weiter ich habe wie gesagt die klaren spiele geschafft noch also die 4000 punkte haben beim livestream gemacht ich hätte es gar nicht im leistigen machen brauchen ich hätte das eigentlich so dass über erledigen brauchen aber oder können nur es überwiegt dann auch manchmal die faulheit und andere accounts habe ich auch noch gespielt habt ihr gesehen aber im moment herrscht ja exzessive ausnahmezustand bei clash of clans so wie ich das mal sagen und ich sehe schon meine ganzen tränke die ich eigentlich noch aus dem pass holen kann sehe schon in weite ferne gerückt dass ich die überhaupt mal nehme ich glaube die kann ich dann wieder in gems umsetzen denn es ist ja jetzt fünf tage ein gem und glaubt man nicht dass ich nicht schon eine stunde heute morgen mit einem meiner accounts geboostet habe gar keine frage denn ich habe so ein kleines luxusproblem auch hier und dabei den rathaus frisch rathaus zehnern bei den neunern denn ich habe zu viele helden ich habe zu viele helden bücher glaubt man gar nicht aber ich habe zu viele helden bücher und die werde ich alle gar nicht los in der zeit denn so viel kann ich gar nicht rein fahren ich kann gar nicht so viel rein fahren mit dem account hier da fällt mir das nicht ganz so schwer muss ich sagen denn die truppe bauen wir eben mal nach denn da ist der polo und das passt fast so ich habe jetzt kein gift glaube ich verbraucht naja wie immer und dann kann ich mit dem hier kann ich eigentlich ganz piano weitermachen genau weiß ich es auch nicht aber ich kann mir natürlich erst mal wirklich geil die clanspiele abholen und ich freue mich auch dass es endlich mal wieder gepackt habt die 4000 punkte glaubt man gar nicht wenn man das so hört dass ich als aktiver spieler hier ab und zu mal die 4000 nicht schaffe ich meine jetzt kann man sich natürlich doppelt abholen das machen wir jetzt auch und ich bin mir noch nicht ganz sicher was ich eigentlich nehme es gibt hier viel in gems umzusetzen wir haben gestern mal wir haben nicht durchgerechnet aber wenn man hier so ein bisschen was verkauft hier im vorletzten tier wo das dunkle drin ist unten die beiden schippen geben schon mal 100 gems und auch im tier 1 gibt die eine schippe 50 gems das ist nicht schlecht die kann man natürlich ausgeben im ersten tier sind es die gems die hier überwiegen ich könnte jetzt auch den trank nehmen der wäre jetzt auch nicht so schlecht also da kann man sich schlecht entscheiden ich muss eigentlich im labor nichts mehr machen was der zeit oder wo was ich schnell schnell mal gerne hätte der trainingstrank ist sicherlich lecker den nehmen wir mal mit ja komm wir machen uns das lager ruhig vor ich meine wir brauchen in dem moment gar nicht wir brauchen ihn im moment gar nicht würde ich sagen hier nehmen wir die beiden bauarbeitertränke mit in dem nehmen wir die gems mit würde ich sagen im vorletzten weiß ich ehrlich gesagt noch nicht im vorletzten weiß ich nicht ich brauche die ich brauche die elix runde nicht mehr das ist nur eine mauer im nachtdorf das muss ich wirklich nicht haben dann würde ich sagen verkloppe ich lieber dann verkloppe ich lieber zwei schippen hier das sind dann 100 gems kann man ja mal machen denn wir wollen auch ein bisschen james ausgeben und dann holen wir uns die hier einfach wieder das coole ist alles was ich jetzt schon vormarkiert habe das bleibt jetzt auch so das ist seit irgendeinem update so das bleibt jetzt auch so das heißt wir nehmen wir die schippen und wir nehmen ja das heldenbuch das brauche ich unbedingt das brauche ich unbedingt jetzt können wir einmal collecten und jetzt kann ich eigentlich noch mal collecten ihr seht das da fällt es mir jetzt schwer was ich eigentlich tatsächlich nehmen soll die hero potion sind nicht schlecht aber da habe ich noch einige von 100 gems oder lieber die dunkle ohne die die goldrohne goldrohne einmal zum komplett voll machen allerdings jetzt in den nächsten fünf tagen lohnt sich nicht wirklich die lohnt sich dann vielleicht für später für irgendein dickes ding mit ihren hammer aber den müssen wir auch erstmal haben und für 925 kaufe ich keinen hammer das heißt wir nehmen die james mit würde ich sagen wir nehmen die james mit damit habe ich jetzt an james reingefahren 230 ich habe jetzt allerdings gar kein bauarbeiter frei ich habe keinen bauarbeiter frei für das heldenbuch und die nächsten fünf tage wie gesagt es ist ja ausnahmezustand und auch hier kann man einfach mal boosten ein gem und für die drei helden verbrauchen wir jetzt auch nur ein gem das ist echt mal wenig dann haben wir hier den worten noch der muss erstmal geheilt werden aber den können wir schon mal boosten die queen können wir boosten unsere spell factories können wir boosten und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch der held aber den helden wollte ich eigentlich jetzt ein level hochziehen das heißt wir machen uns jetzt hier einen tag sieben stunden für 299 meine wir haben jetzt eben 230 reinbekommen das heißt wir können ruhig mal 299 ausgeben für einen bauarbeiter den nutzen wir hier auch für die helden also für das dunkle zeug dass das weg geht dauert jetzt zwar nur zwei tage neun stunden aber man hat ja noch ein anderes problem wir haben noch ein bisschen anderes problem denn in den nächsten tagen steht ja noch ein anderes event an das da ganz einfach mal heißt cw also die nächste cw steht natürlich in den startlöchern übrigens ist dieses event auch super super gut geeignet für das falls ihr die eisgule im challenge eismager challenge noch nicht habt dafür die jetzt einfach fertig zu machen denn die 13 angriffe die man da gewinnen muss sind echt mal schnell gemacht mit den ein jambus da kann es ja wirklich mal zwei drei stunden am stück mal so richtig durch boosten denn ja wie gesagt die klan wolle geht hier wieder los in drei tagen und ich hatte jetzt auch eigentlich erst gedacht ja ich meine ich lege jetzt meine helden mal mal pennen so ein bisschen aber nee wir wollen ja liga spielen und im moment sind die bücher ganz ganz weit weg von uns also es gibt im moment gar nichts weder hier noch hier im shop es gibt einfach nichts und so muss mit dem leben was was hier geht in den nächsten tagen könnt ihr mir mal in die kommentare reinschreiben ob ihr das auch so macht lasse ich mir diesen einbauarbeiter frei ich habe jetzt schon ganz gute def bei mir im dorf hier denn das war jetzt mein dritter entfernturm der auch fertig wurde das nicht schlecht und so kann ich jetzt noch ein bisschen bisschen bußen und das was ich tatsächlich mache ist es eigentlich ist ganz traurig es muss gemacht werden und vor allen dingen jetzt in den tagen wo ich das machen kann es ist natürlich optimal ich mache mauern ich mache mauern mit in einem bauarbeiter denn sie sind im moment etwas günstiger 1,2 millionen günstiger ich glaube sie kosten 6 millionen auf auf max level müsste ich mal auf einem anderen anderen account gucken der free to play ist die sind in jedem fall ein bisschen teurer und das ist natürlich super dass ich jetzt zum beispiel mit mit gold schon mal einfach so zwei drei mauern hier machen kann ok nur nur zwei und mit elex können wir allerdings auch schon so ein bisschen was machen eine und auch kein keine ganze zweite aber ich glaube ich habe hier noch ich habe hier noch ein bisschen was drin so dass hier schon mal ein bisschen geht also ich mache das jetzt so ich weiß nicht wie ihr das haltet ich halte mir den einbauarbeiter jetzt frei fahren jetzt ganz früh frei vor mich in die nächsten tage mache sicherlich auch das dunkle hier gar keine frage so ein bisschen voller denn ich habe glaube ich noch eine einzige forschung die ich hier machen kann mit dunklem elixier das ist der skelett zauber zwölf tage kann er auch laufen 200.000 costa aber mal sehen wie das hier weitergeht ja das ist das 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 sind im moment so ein bisschen die hemmschuhe oder die hemmschuhe den einbauarbeiter kann ich natürlich dann hier auch mal wieder rüber treffen lassen und dann haben wir den hier denn hier baut im moment einer an meiner vorletzten kanone das auch ganz witzig hier eine kanone pro folge und das ist aber nicht schlecht also so kann man es glaube ich machen ich lasse mir den jetzt einfach frei das mache ich glaube ich auf ganz vielen accounts lasse ich mir einfach den frei schon wieder fünf jams dazu bekommen also gut wird das vorgem des inferno turms jetzt eben gar nicht so teuer und so kann man das so ein bisschen machen ja ich glaube ich glaube das ist das richtige gewesen ich glaube so war das das richtige ich brauchte jetzt die die eine rune und noch ein gem ich brauchte die eine rune jetzt nicht wirklich sie ist sicherlich nett um einmal komplett die lager wieder aufzufüllen aber im moment jetzt kommt ja echt mal viel rein hoffe ich mal zumindest ich bin ein bisschen hoch in der liga um hier jetzt effektiv sage ich mal was nettes wegzufahren aber auch das ist jetzt nicht so tragisch wir können wir gerade schauen wie viel mauern wir jetzt noch machen müssen nur noch wo sind sie denn eigentlich 487 80 ja kommen leute da geht doch ein bisschen was mal sehen in den nächsten fünf tagen hier auf diesem account lasst euch da mal überraschen ich würde sagen wir nehmen noch einen farmangriff mal mit unserer neuen heldin hier mit rein wir haben jetzt ein gemboos da geht natürlich auch ein bisschen mehr in den folgen hier wir request einmal bodenblut kaserne das passt so und dann sehen wir uns nach einem kurzen cut wieder jo freunde direkt pause hat jetzt ein bisschen gedauert lach einfach daran samstagmorgen duschen sonstiges und ich habe auch ganz ganz lieben besuch bekommen nämlich heute ist hardcore clashing natürlich angesagt bei mir und beim lieben gerry einer meiner moderatoren der besucht mich heute und gerade hier in einem gemboos glaube ich wird da die eine oder andere stunde sicherlich dafür abfallen dass wir ein bisschen zusammen clash of clans spielen kann ich mir zumindest vorstellen und aber irgendwo glaube ich bin ich ein bisschen hoch ich muss ein bisschen mehr ressourcen fahren das dorf ist jetzt nicht ganz so gut müssen wir mal gucken ist es ein single inferno ich kann das immer ganz schlecht sehen okay der hat aber jetzt schon mal nächsten multi okay dann die queen wird wo jetzt daher gehen ich muss mal gucken wo ich mir mein mein ding aufmache ich glaube wir machen uns das hier mal auf und dann können wir hier mit unserem pecker schon mal pfangen ich habe ja immer noch meine mauerbrecher von gestern abend die ich da setzen musste so eins zwei drei eins zwei ja jetzt müssen wir da nur irgendwo rein kommen hier in das dörflein ne dann machen wir das mal da mal sehen ich muss unbedingt hier hart wegfandeln oh meine queen ist dabei okay die gehen jetzt aber auch mit rein dann nehme ich den champion hier mit rein und die hier auch noch meine queen ich da ein bisschen heftig beschuss okay ich weiß mal wieder nicht was ich hier in meinem in meinem apollo 13 ding drin habe aber wir gucken mal was da drin steckt so wir haben alles gezündet glaube ich das sieht ganz gut aus und die bombe hat auf jeden fall kaum schaden zugefügt meiner queen zumindest nicht aber die hat jetzt auch keine heiler mehr ist nicht mehr zündbar dann müssen wir mal unseren royalen champion so ein bisschen bemühen wo ist der king der geht da unten mit zwei pecker damen glaube ich noch noch so ein bisschen rum das passt eigentlich ganz gut dass die hier rum gehen denn meistens sind die ressourcen hier außen so wie hier auch und das passt so hier haben wir noch mal drei glaube ich geholt also hier geht es ein bisschen voran wir machen jetzt auch noch eine mauer mit meinem bauarbeiter und ich bin mal gespannt wie viele mauern ich mit diesem account dann tatsächlich schaffe ich werde jetzt heute noch ein bisschen droppen dass ich ein bisschen mit kobolde fahren kann dass ich nicht immer ganz so teuer fahren oder auch mal halt auch mal mit meinen neuen truppen ich habe so viele neue truppen die ich fertiggestellt habe aber einfach noch gar nicht benutzt habe hog rider miner das mit dem musik auch alle mal benutzen und dann passt das glaube ich dann ja auch fünf mille dann können wir hier nochmal ein mauerstück machen denke ich mal ich gucke mal ja auch 48 im moment sind ja wie gesagt sie sind sehr günstig 86 stück müssen wir noch machen und jetzt habe ich eben gesagt ich muss mal was mit meinen machen ich nehme die noch einmal nach und überlegen wir mal was war noch machen ich hoffe ihr habt weiterhin ein schönes wochenende die folge hat euch ganz gut gefallen schreibt sie mal in die kommentare was ihr bei den clanspielen genommen habt vielleicht habe ich auch einen kleinen fehler gemacht dass ich jetzt die 100 gems genommen habe und nicht die rune aber ich glaube jetzt gerade wo fünf tage noch der 1 gem boost läuft braucht man das nicht so machen aber wie gesagt pin das einfach unten rein und dann sehen wir uns denke ich mal hoffentlich am wochenende in den live streams also seite heute abend dabei sonntag abend dabei montag wahrscheinlich auch und dann klischen wir ein bisschen hardcore also wir nutzen den jen muss in jedem fall auf allen dörfern die wir haben bis dahinten euer toto clasht